jetzt das heißt im Baulett ist nicht langweilig er ist die ich an Bordeleute ist wenn er sie überwählen die Schaumel der Kerstin nein Hauptmann nein ich habe extra nur so ein Trailer der Gehörse weg wir sind drei Minuten Frank genommen weil er hat er das in drei Minuten schafft weil er sich etwas zu lange wäre es sind immer hätten 20 Minuten dran nehmen sollen heute war ja auf Prolo schafft jetzt die eine Challenge hier als erster und machte voll auf den Maka ist so wo auch nicht so viel aber du mir wenn du eine als erstes schaffst Boah ey boah bin ich gut Boah ihr seid so schlecht irgendwie nicht komm nicht gut ja ja wenn ihr eine Challenge schafft dann schafft sie dann schafft ein anderer das auch nach ein paar Minuten und nach 20 30 ich glaube ich doch nicht nein ich habe diesen Sprung ich werde ganz so lange leider sie war nicht ich weiß nein ich habe keinen Bock auf die ich werde auf die leck mich wer wer jetzt für eine Aufnahmepause ist drückt ab und schreibt eine Einzelne in den Chat zufällig die Festplatte war aktiviert das ist ein kommentar gegeben die Fresse alt flugend weil ich seit Karnacki mit drei miteinander du bist voll kalt pro lo weißt du hast quasi wir haben nur scheiße glaubt bis null pro lo du bist anti pro lo du bist pro lo negativ wenn der irgendwann mal nachhilfelehrer wäre oder so ne oder sagt wie kannst du diese aufgabe der das war gut dass das ist nicht zu leuten Plus Minus 1 auf meinem Niveau werden und konnte als die Fresse das heißt ihr seid ungefähr genauso gut wie ich ein bisschen besser an manchen Sachen ein bisschen schlechter und ich sag doch nicht wenn ich nicht wenn ich nachhilfelehrer wäre wo der Schüler oder die Schülerin gar nichts weiß solche nicht von mir kann das nicht lösen ist richtig scheiße ich hab die schon Prozent 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 paar die Zeit richtig ich habe ich doch gerade erst benutzen sind der Zeit Prince of Persia und so recht was du es Oh ja jetzt mache ich es hier weiter es ist hören Boar F das schaffen đ ich hatte das wo Neger das пес Out59 volt nach dem also daualt Also das waren das soll man nochmal dem Sie kommen nicht sämt hatte wohl nicht wahr wird zichten einfach die Flasche an guck dir die mann Flasche ganz sicher nicht ja ich kann jetzt die Flasche an und springen spring auf die Flasche zu es wäre sie er machte mal den hat sie halt es ist schon scheiße genug dass wir uns hier an die Scheiße hier auch die Scheißkarte das ist ein Eiersprung bei Nacht er war bei einer Acht da kann man in einem Einer Sprung schaffen da macht man aber nicht gesehen und Geymoud Sprengmann weiter als normalen wo ich in einer Sprung nach euch hat sich das erste sehen mit einem Einer Sprung die Schöne das war ja auch ein Witz versteht das sicher ja es ist es lustig hier nach es ist einfach nur man denkt weil man hier oben ist da hat man es richtig gut aber das gelogen er hat wirklich mit einem einer ich doch es ist richtig doch halt die Schnauze der danach geht auch mit einem einen ja natürlich in der Welt er ist doch wenn ich es dann auch in Bögen scheißen doch wenn ich der Eierer Sprung der Tat auch in die Nacht Tomaten ich habe kein Wort mehr also auch er auf jeden Fall kann hat aufgehört Fakten die Kasse in der Schüssel in der Hand das erste Mal das wenn jetzt was das steht jetzt echter hingemacht mit jodl du musst es eh wieder zerstören was wir sie schreiben will sind immer noch im schreibmodus wo auch wird sich das heißt im schreibt er hat sich an der kategorie der kategorie derzeit das schilder der dritte das liegt und sitzt alles viel spannender jetzt hat jetzt sollte das voll spannend wer auf das stück mann du bist ja nicht mal gesprungen ja ich habe vergessen zu springen ach man ja los ja ja ach du scheiße was war das das war der schlechteste sprung in der menschheit hast du den letzten sprung verkackt oder welcher ja der letzten paar sie in der geschichte der menschheit oh halt die fresse ich habe noch nie sowas gesehen wenigstens komme ich so weit ich war weiter in 312 was nein wir waren genau gleich weil du dummer sagst so da oben guckt hier weiter der war ich auch schon ja er hat er kann ich sagen ich dachte ich bin ich glaube ich bin ja du bist du brauchst auch 30 mal du brauchst 30.000 Versuchung einzukommen und dann verkackst du das auch noch nein das ist auch kein Wunder also warum sie dort und da hinzukommen dann nochmal da 30.000 Versuchung noch noch 30.000 ja es gibt sie immer mehr ich habe ich habe es ist und wollen und langsam wird man unaufmerksame da passiert manchmal vielleicht keine fehler zum Beispiel sich runterfallen könnte oder du mir den hieb verpasst und ich hier runterfalle was wieso soll ich dir den hieb verpassen damit ich wieder aufwache ich bin ja damals da oben wie soll ich denn den hieb verpassen hier ist halt die Katzen der Schleudersberg oder die Schachtwelle steht jetzt was bringt mir das und fliege ich runter aber dann ist auch die ganze mit zerstören und hat sie haben bei vor Ort ist so ein richtiger Dildo Sprung ist so ein Dildo Sprung ist so ein richtiger Dildo ist so ein richtiger Dildo ist so ein richtiger Dildo nein nein oh ich weiß ich wiederhole mich aber der Map ausstelle ist eine richtige Schwuchte ist so ein richtiger Dildo aber so richtig geil ey 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 du willst du die ganze Zeit echt aufs Schild gucken? ja du bist echt Norbido das scheißkind hey Flo haha hier warte ich würde weg dich erst danke weil wenn du dann gleich wieder oben bist dann kann ich dich mann ist das kacke guck mal ich bin schon wieder hier du bist doch ein scheiß Prollo leck mich leck mich ich bin schon wieder hier oben in 3 Sekunden boah jetzt aber haha wie für er da unten verzweifelt ja da oben ist es auch nicht besser ne irgendwie nicht hier oben ist es viel schlimmer ja ey du Pax ist da unten kaum mehr und ey Pax ist da unten kam Jo Pax ist irgendwie viel besser er braucht nicht so richtig Premium ne ich Pax auch total Talschnitte ne aber hier ah scheiße ich hab nen Krampf ey super fail Giga fail Flo Giga fail Pax ist richtig spannend sagste ey der ist zu dumm der Paxina weißt du was witzig wär wenn am Ende keiner aufkippt und einer ist ganz schön voll für ein Sonskazin angestarrt hat das solltest du ja als Motivation vornehmen boah ey du anscheinend auch hey René ja guck mal wo ich bin siehst du ich hab doch gesagt du überholst mich halt es mal euch verkackt ha ha danke René du hast gesagt du sagst doch nie wieder hey boah René du überholst mich René du überholst mich René du überholst mich ha ha wie gefällt euch das ha 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 oh Gott was war das fürn Börns Shitshot so wird's wieder nachher unten fail boah René packt das jetzt boah jetzt da ha ha ich weiß gar nicht wie man den machen muss eigentlich oh boah nee jetzt hier das wäre so affengeil wenn du es schaffen willst boah ist der Sprung heftig alter wie assi bist du denn ich hab's nicht einmal bei dir gemacht das war weil du ganze Zeit gesagt hast jetzt packt er's das war ein Witz ja das war jetzt auch ein Witz das war das war eine das war eine handgreifliche Situation ja das war aber eine witzige Handgreifliche aber zum Glück habe ich keine Probleme bei dem Sprung hier oh ich dachte ich fahr jetzt ganz runter das fände ich witzig ich bin aber nicht ganz runter gefahren boah jetzt fahr wieder das Geräusch wie die Höhle ah ah boah boah es werden sie eh eh Lukas und boy das heißt die Schaum mit Lukas und Boy quasi macht die wenigstens nützlich und ändern die Zeit Höhle glücklich frisch spannend am Schildfall sie Tüpfel auch YouTube x s 0 Herr Kohl jetzt hat's denn er die Reihe will die Schule von Lukas und Boy verwendet plug die Korte wenig Herr Lauf der War wir bilden hier er bringt auch nicht wenn ihr am Tag einstellt dass es Tag werden soll ja es ist keiner so dunkel vor kannst doch gar nicht sehen Pasi du bist doch auf YouTube du bist doch an dem Schild und auf YouTube oh scheiße was versuchst du gerade René Sack ey fühlst du mich durch die Wand schlagen oder was Hau ab leck mich René Hau ab ey waffelstichern 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 ich hab Angst warte warte einer geht's ich geh hier hin und du sprichst da drauf und dann gehst du noch da warte nein du gehst da hin ich mir kannst du mehr vertrauen ok aber geh ganz da hin geh ganz da hin da in die Ecke jetzt geh auf jetzt geh einfach drauf so wieder angerannt K du schmack oh kannst du es auch mal lassen das bringt gar nichts wow jetzt bin ich so tief gefallen boah nee übertreibs nicht waa lass es lass es lass es lass es da darf ich sie schlagen ey man so kommen ja niemals voran ey ey wo wie weit sie geflogen wird jetzt mache ey bitte wir können uns jetzt die ganze Zeit verprügeln so jetzt geh jetzt geh jetzt geh jetzt geh jetzt geh jetzt ja weil ich dir nicht vertraue weil ich dir nicht vertraue apple scheiße ah ich bin fast runtergefallen ich bin fast runtergefallen ich bin fast runtergefallen